hallo miteinander servus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video zu den animationen mit swift ui ich bleibe in diesem kleinen kurzen video weiterhin bei den übergängen die ich euch im letzten video vorgestellt habe und möchte jetzt noch auf eine funktionalität eingehen mit der sich verschiedene übergänge ja also wie zum beispiel slide opacity und was hat mir noch scale genau das sind so die drei die wir inzwischen kennengelernt haben im ersten video wie man die miteinander verknüpfen kann um zum beispiel zu sagen okay ich möchte die slide animation zusammen mit der änderung der deckkraft ja dass diese beiden elemente eine animation bilden die dann beim ein und ausblenden einer view zum einsatz kommen und ich habe hier schon mal den code ein bisschen vorbereitet das entspricht im endeffekt im großen und ganz in dem ergebnis unseres letzten videos ich habe hier nur dass in der zwischen weil wir jetzt ein bisschen platz brauchen schon mal übersichtlicher gestaltet also wir haben hier weiterhin unseren zwischen modifier und im moment sagen wir einfach wir wollen eine slide animation ausführen das kennen wir schon haben wir im letzten video so gemacht aber es gibt eben die schöne möglichkeit zu sagen okay ich möchte wie gesagt verschiedene übergangs animationen miteinander zu einer animation kombinieren und dazu ich kann das auch mal kurz in der dokumentation zeigen besitzt dieser typ den wir für die übergänge brauchen any transition eine methode namens combined with die erwartet als parameter wieder eine transition und liefert uns eine neue transition zurück und das könnten wir theoretisch wirklich schön einander ketten und so verschiedene übergangs animationen wie gesagt zu einer ganz neuen zusammenfassen und ich mache das jetzt mal an der stelle mit dem beispiel was ich eben genannt habe wir haben hier unsere slide animation beziehungsweise ich zeige die noch mal kurz damit wir auch den unterschied zumindest ein bisschen sehen ist es bei dem tempo was wir aktuell haben nicht ganz so einfach aber ihr bekommt dann denke ich schon eine idee wenn wir das hier ausführen dann kann man besonders beim ausblenden finde ich sehr schön sehen wie der text einfach verschwindet genauso beim einblenden der taucht aus dem nichts auf wir haben die slide animation und genauso beim verschwinden wir haben die animation und zack er ist weg ja wir haben hier diesen harten schnitt und jetzt wollen wir zusätzlich noch opacity nutzen um das ganze ein bisschen geschmeidiger aussehen zu lassen indem das eben auch während der animation während dieser slide animation ein bzw ausgeblendet wird bedeutet ich nehme also diese bestehende zwischen slide rufe die combined with methode auf die wir eben gesehen haben und übergebe nun die zwischen mit der ich das ganze kombinieren möchte das wäre opacity und das war's das liefert uns als ergebnis eine neue transition zurück die wir hier über diesen modifier nutzen und dann probieren wir das ganze mal aus und gucken was wir jetzt hier bekommen haben obacht ich führe das mal aus und wie gesagt es ist bei dem tempo vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen aber gerade beim ausblenden finde ich merkt man das ganz klar man hat nicht mehr diesen harten schnitt sondern der tag der text dieser titel wird schön beim ausblenden schon smooth langsam ausgeblendet und das ist in meinen augen eine deutlich schönere slide zwischen ein wesentlich schönerer übergang als dieses harte es kommt aus dem nichts wird verschoben bzw verschoben und verschwindet einfach knallhart ist schon sehr schön also da hat sich diese methode schon gelohnt die combined with methode und das könnte die jetzt natürlich beliebig aneinander ketten es gibt natürlich auch noch mehr möglichkeiten transitions zu erstellen nicht nur diese type properties die wir bisher kennengelernt haben aber dazu kommen wir noch aber das bedeutet ihr könnt hier wirklich mehr oder mehrere transitions nehmen aneinander ketten denn combined liefert ja einfach immer eine neue transition zurück das bedeutet wenn ich jetzt ganz wild bin freunde könnte ich hier noch mal combined with aufrufen und zum beispiel auch noch die scale methode mit reinnehmen weil ich so toll finde das mag jetzt nicht besonders sinnvoll sein diese kombination wir können uns ganz normal angucken wie das jetzt ausschaut slide opacity und scale in einem übergang und ja man kann das machen in gewisser weise ist es vielleicht auch künstlerisch hochwertig weil ja das einfliegen nimmt man gar nicht so wahr durch opacity weil das erst später greift bis man was sieht hat man eigentlich nur diesen leichten sprung den das ganze macht genauso beim ausblenden das hüpft eigentlich nur und dann ist es schon weg was jetzt eben aufgrund von scale sich noch ergibt ja ist ganz witzig und ihr seht kann man relativ problemlos mit zwift umsetzen mit diesem typ any transition in dem man einfach sagt okay ich habe verschiedene übergänge kombinieren mir die und sagt habe ich einen entsprechenden neuen übergang der genau das berücksichtigt ja freunde und damit sind wir schon am ende von diesem kleinen video angelangt haben jetzt noch mal kennengelernt wie man verschiedene übergänge miteinander kombinieren kann um neue übergänge als animation zu bekommen ich hoffe es hat euch gefallen bei fragen oder anmerkungen dürft ihr euch natürlich gerne bei mir melden schreibt einfach einen kommentar und ein einwurf muss ich da vielleicht gerade mal noch abnicken gerade weil wir jetzt heute ausnahmsweise tatsächlich noch gut zeit haben was das video betrifft mir ist in der letzten zeit aufgefallen dass manche youtube kommentare bei meinen videos verschwinden und ich rede jetzt hier nicht irgendwie von spam kommentaren wenn ich irgendwie sowas sehe es kommt zu glück nicht häufig vor dann kümmere ich mich da auch selbst darum dass das gemeldet wird und verschwindet nein es geht tatsächlich um ganz berechtigte kommentare und der eine oder andere von euch ist davon betroffen hat das schon bemerkt dass die kommentare verschwinden und möchte an dieser stelle auch zunächst einmal meine hände in unschuld waschen ich habe noch nie kommentare gelöscht die irgendwie die nicht spam sind also eindeutig spam aber hatte jetzt schon öffnet die situation dass ich eben eine mail bekommen oder so typisch bei youtube wenn ein neuer kommentar da ist kann die da auch lesen ja also deswegen weiß ich auch vom inhalt her dass das absolut unkritisch ist aber wenn ich dann was weiß ich manchmal nach einer stunde manchmal schon nach ein paar minuten mich bei youtube anmelde und diesen kommentar beantworten will ist er nicht mehr da natürlich kann es auch sein dass ihr teilweise selbst kommentare löscht ist ja in ordnung ihr könnt eure kommentare auch wieder raushauen hatte aber das gefühl in der letzten zeit dass das teilweise passiert ist ohne dass es vom eigentlichen verfasser beabsichtigt war und ich hatte mal das ganze auch kurz zumindest gegoogelt habe zwar auch wirklich nur in foren auch bei youtube irgendwie ja so fragen gefunden die sich auf dieses phänomen beziehen aber keine lösung ich weiß ehrlich gesagt nicht was da dahinter steckt ich habe mir bei manchen kommentaren gedacht dass es vielleicht kritisch ist wenn codeschnipsel drin sind dass youtube da irgendwie denkt keine ahnung die wir versuchen es zu hacken ich weiß es nicht aber es war auch ein kommentar tatsächlich dabei der dann nicht mehr da war wo auch kein code drin war der war absolut unkritisch das war halt eine frage das hat mich jetzt ein bisschen irritiert und das ist vielleicht mal eine ganz gute info hier an der stelle dass ihr das wisst falls ihr einen kommentar schreibt ja der wie gesagt nicht eindeutig spam ist und der verschwindet dann weiß ich nicht was da los ist also nochmal ich habe bis jetzt wirklich noch nie kommentare gelöscht aus es war eindeutig spam und das sind halt vor allen dingen diese typischen entweder wasser dich vor kurzem auf englisch nach dem motto irgendeiner hat den instagram account seiner freundin gehackt und keine ahnung klick auf den link und freude was weiß ich oder auch immer ganz schön einfach dieses keine ahnung drei wort kommentar maximal wo irgendwie halt drin steht amazing super es ist nur ein wort aber ihr bekommt eine idee und halt irgendeinen zeitstempel auf dem video auch von accounts wo man dann eindeutig weiß dass das einfach bullshit ist sowas habe ich raus das melde ich in der regel auch direkt keine ahnung was das bringt aber mache ich halt nein aber deswegen ich meine viele von euch ist der community kenne ich ja auch inzwischen weil sich ja auch viele an diskussionen beteiligen das heißt so die manche namen und gesichter in anführungszeichen von den youtube account sind auch bekannt und wenn da mal was abhanden kommt also ich war es nicht ja das möchte ich an der stelle nur sagen ich weiß nicht was da mit dem youtube algorithmus los ist warum da manches mal was verschwindet nur damit ihr es mal gehört habt so damit bin ich jetzt aber durch an dieser stelle trotzdem natürlich dürft ihr gerne kommentare schreiben wenn ihr fragen oder anmerkungen habt ich hoffe sie bleiben auch bestehen aber ja das ist irgendwie im moment ein komisches phänomen müssen wir mal im auge warten gut dann wünsche ich eine jetzt eine schöne zeit und freue mich dann wenn wir uns in einem der kommenden videos wiedersehen macht es gut bis dahin